Jodel, gell, ihr sehen ja, das Jodeln, gell, ist eine Sache, die sehr bekannt ist in allen Ökregionen der Welt. Nicht nur in Tirol und in den Dingen, auch in den Anden und auch in Himalaya, gell. Und dieses, das hat einen Stimmbruch bekommen, gell. So haben, hat jetzt auch die Stimme etwas gebrochen, gell. Insofern, du kannst auch Jodeln aus Blech, darum heißt es Blechjodeln. Ich kenne ja das Jodeln nicht so gut, wie die in Tirol, oder so. Das ist kein Jodeln. Genau. Ich kann es bloß nicht. Aber singen kann ich schon, gell. Ich kann es nicht. Es stirbt. Ich kann es nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.